Nun, Sie haben jetzt den Masterplan Checkliste für Unternehmer Basiskurs einmal durchgearbeitet. Sie sind jetzt am Schluss dieser Videoreihe angekommen. Ich kann Sie beglückwünschen, dass Sie da durchgehalten haben. Der eine erledigt das in einigen Wochen, der andere braucht vielleicht ein paar Monate. Es kann natürlich sein, dass immer noch massive Fragen da sind im Detail, die Sie selber vielleicht nicht lösen können. Dazu bin ich dann ja auch eben als persönlicher Coach dann eben auch da, als Coach für Unternehmer. Ich kann natürlich in der näheren Umgebung von Großraum Hannover persönlich erscheinen. Wo das aber räumlich ungünstig ist oder auch zeitlich von den Terminen, mache ich das auch sehr gerne mit Skype. Das funktioniert ganz hervorragend. Sie können mich buchen als Tageshonorar oder Halbtageshonorar. Ich mache aber auch sogenannte Power Coachings, die entsprechend günstiger sind, wo auch vielen, vielen schon mitgeholfen ist. Das große Coaching, quasi diesen ganzen Masterkurs noch einmal durchzuführen, biete ich natürlich auch an zur Intensivierung. Für Sie vielleicht gar nicht schlecht. Ich verspreche Ihnen, dass Sie den Preis, den Sie gezahlt haben für diesen Videokurs, der wird von dem normalen Honorar abgezogen. Und da werden wir sicherlich auch angebotstechnisch uns einig. Vielleicht brauchen Sie auch gar nicht das komplette Coaching. Das können wir auch gegebenenfalls individuell abstimmen. Ja, ich bedanke mich für Ihren Support. Ich bedanke mich, dass Sie dabei sind, dabei waren. Und ich wünsche Ihnen natürlich den größtmöglichsten Erfolg und eine deutliche Verbesserung, wo ich von ausgehe. Ich verbleibe mit schönen Grüßen. Tom Kern und ich grüße Sie. Bis demnächst. Tschüss. Tschüssi. Untertitelung des ZDF für funk, 2017